hallo leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen shop review wie es hört ich bin immer noch krank und heute geht es mir echt nicht ganz so gut trotzdem versuche ich natürlich für euch noch dieses video raus zu bringen und nachher auch noch das challenge wieder zu machen da ja heute donnerstag ist wird sich auch in rette die welt der gegenstand shop geändert haben und ich würde sagen wir switchen erst mal in battle royale item shop rüber wir beginnen mal bei den skins von gestern der psion skin hier und der axiom skin wie ich auch gestern schon gesagt habe finde ich den weiblichen skin einfach ein bisschen cooler zu meines backpack und hier die goldenen streifen sehen cooler aus als hier beim mann gefällt mir besser die spitze finde ich tatsächlich ganz cool die skins jetzt an sich sind natürlich nur blau das ist schon große vorteile sie sind jetzt einfach nicht so mein fall gleiter und die spitze gesehen auf jeden fall cool vor allem der gleiter hier mit den feuer hinten der aus den düsen rauskommt ist etwas extravagantes gefällt mir auf jeden fall kommen nun zum sanctum skin das ist ja ein halloween skin mir gefällt jetzt persönlich nicht so mit den uhr piercings und diesen haare nach hinten natürlich ist der umhang ganz cool wobei wir mittlerweile auch schon eine menge an umhängen haben diese spitzhacke ist jetzt nicht schlecht kostet allerdings 1200 wie bugs und ich finde dafür ist die zu unspektakulär deshalb hätte ich euch davon abgeraten dann kommen wir nun zu dem skin früher war es noch ein cooler skin allerdings für liegenderen skin ist es mittlerweile einfach nicht mehr wert der ist vielleicht maximal episch aber mehr definitiv nicht dagegen eine weibliche frau sieht schon viel cooler aus zum einen weil ich ruhe deutlich mehr mag hier oben mit diesem kranz hinten aus dem ei der drache auch sieht auf jeden fall cool aus die spitzhacke ist jetzt auch nicht schlecht allerdings jetzt auch nichts wirklich besonderes dagegen der gleiter ist schon wirklich sehr cool auch mit dem aufklapp effekt hier aus dem ei wie das rauskommt und dann wieder flattert allerdings ist es natürlich auch ein ganz schön großer gleiter kommen nun zum cheerleading mode das auf jeden fall ein cooler mode also sieht cool aus dann die todes tal spitzhacke sieht auf jeden fall nicht schlecht aus ist auch im prinzip so an brutal gehalten das habe ich auch todes tal candy valley da ist wieder die herleitung zu rettet die welt dann hier der glüh für der dunkelheit gleiter für 500 wie box sieht auf jeden fall cool aus oben auch mit diesen ja mit diesen effekt darauf gehört die immer zum sturmwolken und gewitterstürme ist das die böse wie heißt sie dieser einhorn der regenbogen einhorn da skin dann hat die einsatzleiterin neuen stil bekommen die sei ja so auch schon ganz cool aus vor allem mit dem backpack reaktiv wenn man mehr schaden an gegner macht dann ändert sich farbe dann wird es mehr farbig und man kann jetzt auch den helm abnehmen ohne helden sieht er natürlich auch cool aus als sieht mit und ohne helm cool aus ich finde das ich finde ganz gut dass man das bei ziemlich vielen skins mittlerweile machen kann ist auf jeden fall schön dann habe ich hier 9 mode auch wieder fortbewegung sieht auf jeden fall sehr witzig aus als ist ein sehr lustiger emote dann hier die lackierung ist so eine grüne lackierung auf der kanone sieht allerdings das goldene sehr cool aus allerdings auf den anderen waffen ist das eher so ein standard eine standard lackierung ich finde bei der sniper sieht das noch ganz cool aus weil es diesen kamo look hat mit den legen der mit den goldenen aspekten noch aber sonst so bei den anderen waffen ist das jetzt nicht der allerbeste 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 lackierung ja ich weiß nicht ob ich mir das kaufen würde allerdings wird hier gerade auch schon rüber in den rettet die welt modus und das haben wir jetzt die lama herde ist nicht empfehlenswert solange man da nicht irgendetwas sehr gutes hat also einer zum beispiel ein liegen mythischen anführer der überlebenden wir haben hier den schlachten und jones hier im shop der sieht strange aus ohne helm okay dann hat er als boni erhöht das lade ladungsmaximum von splittergranate um 1 und wenn man den kommen kommandantenvorteil als kommandant spielt hat man vier splittergranaten kann sicherlich gute in manche helden kombinationen einbauen muss man auch mal gucken dass er möglichst viel dann auch zum beispiel zutritt verboten dass sie ein kreis um die granaten haben und dass man irgendwie mehr energie dafür hat dann kann es echt gut sein weil man glaube ich insgesamt 7 hat dann habe ich hier neuen sperr der hat ein sperr der eine gute kombination aus schaden und einschlag bietet und stoßangriffe mit großer reichweite ermöglicht just stürmer vorwärts und stimmt da wirklich mit dem spär so vorwärts und dann in ein gegner herein klingt interessant wir haben hier wieder super shredder ist auf jeden fall ein sehr interessantes scharfschützengewehr kann man sich denke ich mal kaufen ist auf jeden fall sehr interessant vor allem scharfschützengewehr das ja schrot munition braucht die waren stacheln sind jetzt nicht so zu empfehlen wut klinge er auch nicht den überlebenden kann sich natürlich immer gerne kaufen genauso wie die kontoressourcen kann man häufig gebrauchen haben wir zweimal die meuchelmörderin drin ist jetzt nichts besonderes und auf der linken seite sollte sich nichts geändert haben genau auf jeden fall denke ich mal dass der held ganz gut ist und bei der beim schwer musste noch mal gucken wenn ich auf jeden fall dieses video gefallen hat und ihr in zukunft auch keine weiteren videos mehr verpassen wollt dann lasst gerne ein like und ein abo da würde mich auf jeden fall freuen und dann bis zum nächsten video